Hm. Ich frage mich, ob wir nochmal mit denen reden können. Ich... Nein, ich... Ich weigere mich doch nicht, weiterzufahren. Ich habe gerade Wortfindungsstörung. Ich will nicht. Ich will nicht. Was wird aus Colette? Was wird aus... Okay, du sagst nicht viel. Leute. Ach, nichts. China? Ich zögere das doch nicht hinaus. Mir geht's gut, keine Sorge. Geh mal zu Colette. Kratos? Ach was. Cool. Ich gebe dir deine letzte Lektion. Ja, bitte. Ja, bitte. Sehr gut. Gehen wir an einen geeigneteren Ort. Danke, Meister. Was? Warum auf einmal? Nun ja, ich habe dir die ganze Zeit nie gedankt. Und du bist jetzt sowas wie mein Meister, stimmt's? Ich habe nicht das Recht, so genannt zu werden. Doch, das hast du. Es war mir nur dank dir möglich... Äh, und den... Sorry. Es war mir nur dank dir und der anderen möglich, so weit zu kommen. Vergiss nicht, was ich dir beigebracht habe. Beschütze deine Freunde und dich selbst. Klar, ähm. Ich meine ja, Meister. Hm. Ach, Kratos. Ach, Kratos. Ich mag Kratos. Ich gebe sehr zu, ich mag ihn. Wir haben mit allen geredet. Nein, das ist okay. Wir sprechen für ein bisschen. Du kannst es schreiben. Die Weltregeneration. Es ist fast Zeit. Ich bin sorry. Warum bist du schüttet? Das ist der Ende, und ich kann nicht mehr sprechen. Ich weiß, das ist weird. Du schüttet, du schüttet. Das ist nicht wichtig. Nichts, was passiert mit dir, du bist immer du. Selbst wenn du ein Engel bist, selbst wenn du wie Marble bist. Ich will niemals denken, dass du schüttet. Ever. Hm. Insofern, ich bin der, der muss mich entschuldigen. Selbst wenn ich versuchte, dass ich dir das Geschenk, bevor unsere Reise endete, habe ich gedacht, dass wir immer noch ein Weg gehen können. Ich habe noch nicht ganz nahe zu Ende. Ich werde ich immer noch warten. Selbst wenn ich ein Engel geworden bin, werde ich immer noch warten. Du kannst es mir geben, irgendwann. Okay. This time, ich werde wirklich machen. Nichts, wie lange es dauert. Kann ich dir eine letzte Sache fragen? Are you sure you won't regret this? Are you sure you want to become an angel? The truth is, I'm a little scared. Yeah, I would be too. But if giving up my life as a human means that Silverant will be reborn, then it's almost like my life is spreading out to fill the entire world. So, when I think about it like that, I'm okay. You're strong, Colette. The wind's pretty cold. Let's go back to the inn. Ah, sorry. That's right. You can't feel it. Damn it. Isn't there anything we can do? Der Turm des Heils. Unser letztes Ziel. Kratos? Wo geht der denn jetzt hin? Und warum sind wir in einem Gasthaus, um auf dem Boden zu schlafen? Neus. Okay. Ach, ne, was? Was zum... Was zum Teufel? Den kennen wir doch. Was zum... Was? Ich würde den jetzt nicht Assassine nennen. Also China war ein Assass... Ja, so in der Wüste. Du warst eingesperrt, bist ihm in die Arme gelaufen. Ihr hattet ein nettes Gespräch. Was liegt denn dann? Ja. Was ein Ratschlag. Oh. Assassinenring? Okay. Hm. Endlich. Es ist soweit. Ach ja.